Start gerade mit Heinz Schild. Wir haben es gesagt, Heinz, ein absoluter Pionier, ein absoluter Vorreiter hier und er hat Geschichte geschrieben, jetzt fliegt er zurück auf 25 Jahre, Jungbran, Marco. Heinz, das hättest du dir nicht gedacht, aber 1993 starteten wir das erste Mal. So, so abitiert sind wir hier drin, dass der Kurs Marc unter dem Werkstatt zu beurde, dann der Fantastische Deal, dann hat er ein Idee, aber Kurs hat sie hier drin...